So, dann gucken wir mal, ob man irgendwas sieht oder sehen kann. Can you hear me? Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Oder knackt der Ton wieder? Ich hoffe es nicht. Einen schönen guten Abend. 21 Uhr, naja, 21 Uhr, eine Minute. Und ich hoffe, dass ich nicht mit dem Kopf auf die Tastatur falle und einschlafe. Aber ich glaube, es funktioniert noch. Wo bleibt wer? Johann Westermann. Ich bin doch da. Oder sollte noch jemand anders kommen? Also ich sehe mich jetzt zumindest selbst. Die anderen sagen es auch. Ines von Kohl und Reibach, übrigens ein lustiger Name. Die Spannung steigt, schreibt sie. Ja, in der Tat, die Spannung steigt. Wir bekommen es mit einer Sturmlage zu tun. Ja, schon eine recht kräftige Sturmlage, muss man sagen. Zwei Stürme hintereinander. In der kommenden Nacht, der erste. Der nächste dann von Freitag auf Samstag. Mittlerweile scheint sich das Ganze so ein bisschen raus zu kristallisieren, in welche Richtung es geht. Mehrheitlich der Norden ist betroffen. Obwohl das deutsche Wettermodell für Freitag auf Samstag immer noch über der Mitte rumrechnet. Es ist wirklich spannend, ob vielleicht das einzige Modell, das es anders sieht, als die anderen, am Ende recht behalten sollte. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, die Wetterlage. Im Grunde ist ja heute auch schon ein sehr stürmischer Tag gewesen. Ich habe gerade mal geschaut, die Böen des heutigen Tages. Da hatten wir schon heute Abend bis zu 130 Kilometer pro Stunde auf dem Brocken im Harz. Der ist aber auch immer wieder gut mit dabei bei Sturm. Wahrscheinlich gibt es da sogar morgen oder heute Nacht bis zu 170, 180 Kilometer pro Stunde auf dem Brocken. In den Tiefenlagen ab der kommenden Nacht, vor allen Dingen, also ab Mitternacht und nach Mitternacht, geht es dann langsam los von Nordwesten, von der Nordsee her aufziehend. Breitet sich dann aus über Niedersachsen, ja, so Richtung Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Mittwoch-Vorpommern, bis nach Berlin, Brandenburg. Auch nach Hessen runter, Sachsen, Sachsen-Anhalt, was gibt es da noch alles. Ja, auch Rheinland-Pfalz bekommt im Grunde was ab. Aber Rheinland-Pfalz sind wir schon so ein bisschen raus aus dem Bereich, wo es die stärksten Böen geben könnte. Am stärksten wird es ohnehin dann werden morgen früh, wenn die Kaltfront durchzieht von Norden her. Und in der Kaltfront gibt es dann teilweise Schauer und Gewitter. Und innerhalb dieser Schauer und Gewitter erwarten wir dann auch die stärksten Windentwicklungen. Dann wird es kurzzeitig mal richtig heftig blasen. Und ja, das können schon ein paar ordentliche Ruckler sein. 120 kmh auch mal in tiefen Lagen, also Orkanböen durchaus möglich. Ja, auf dem Kotzbrocken stürmt es Stefano Valentini. Ja, auf dem Brocken stürmt es eigentlich immer recht viel. Also da brauchst du nicht wirklich viel Wind, um da Orkanböen zu bekommen. Ilja N. schreibt, bei uns ist es schon stürmisch in Ostfriesland. Auch bei uns hier in Rheinhessen, ne, von Mainz war es heute auch den ganzen Tag stürmisch. Ab und zu wackelt auch mal hier so ein bisschen mein Rollladen. Aber noch nichts Dramatisches. Ab wann morgen früh ist? Also morgen früh meint zu kurz nach Mitternacht. Also ich würde mal sagen, zwischen Mitternacht und 9 Uhr morgen früh, da dürfte so jetzt die Zeit sein, wo es am stärksten einfach werden wird. Und im Laufe des Vormittags ist zwar immer der Wind noch voll da, aber dann lässt es langsam nach, vor allen Dingen zum Nachmittag. Das ist Herbstwetter, schreibt jemand, und kein Frühling. Und hat dafür 2 Euro bezahlt anscheinend. Das ist unglaublich, die Leute. Also ja, durch die Stürme kann man es auch Herbstwetter nennen. Es gibt aber auch die typischen Winterstürme. Und das ist ein typischer Wintersturm. Und im Grunde bringt es ja auch warme Temperaturen, wie im Frühling am Freitag teilweise bis zu 16, 17 Grad im Südwesten. Morgen früh haben wir im Süden teilweise Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz 11, 12 Grad zum Frühstück. Also das ist wirklich ein sehr warmer Morgen in einem Februar. Ja, wie sieht das Landkreis Stade aus, fragt Rover Döling. Ja, auch da erwarten wir eine kommende Nacht. Vor allen Dingen so ab Mitternacht zum Teil schwere Sturmböen um die 100 Kilometer pro Stunde. Und später gibt es dann da auch zum Teil bei den Schauern einige orkanartige Böen bis hin zu Orkanböen, also 110 bis 120 Kilometer pro Stunde. Julian Bebe merkt, hier blüht schon alles, ist bei uns auch so hier. Gänseblümchen kommen schon raus, die Grokusse, die Narzissen, sind das Narzissen, diese komischen gelben Dinger. Und ja, Pollen sind ja ohnehin schon unterwegs. Erle, Hasel fliegen schon längst, fast schon abgeblüht. Weide und Pappel sind, glaube ich, auch schon unterwegs gewesen. Ja. Einer schreibt hier noch wärmer, bitte. Mosersport, ja, vielleicht wird es ja wärmer. Der Trend bis Ende Februar, es wird nicht wirklich mehr kalt. Und Ende März ist so ein bisschen unsicher, Ende Februar so ein bisschen unsicher, ob es dann vielleicht 15, 16, 17 Grad noch mehr in Frühlingsrichtung geht oder noch mal ein bisschen kühler werden könnte. Aber ich glaube mal eher, so richtiges Winterwetter wird es eigentlich nicht mehr geben. Bis zu wie vielen Tagen kann man das Wetter seriös voraussagen? Fragt Folge Jesus, auch einer der Name. Ja, also das ist abhängig auch von der Ausnahmswetterlage. Momentan sieht man halt, sie ist sehr kompliziert gewesen. Wir hatten schon vor gut einer Woche ins Spiel gebracht, dass eine stürmische Wetterlage anstehen könnte für Europa. Natürlich haben wir vor einer Woche noch keinen Sturm genau bei Deutschland vorhergesagt. Das möchte ich mal klarstellen. Dafür war es noch viel zu früh gewesen. Aber vor einer Woche konnte man schon sehen, dass da irgendwie sich eine Sturmwetterlage entwickelt, zumindest Richtung Westeuropa. und dass sie uns erreichen könnte. Und heute sehen wir, aus dem könnte ist ein Ist geworden. Oder hat uns erreicht. Könnte? Okay. Ach Gott. Bei uns in Nordfriesland ist es etwas pustig, schreibt DJ Ansar. Aber noch recht normal. Die Schafe haben noch ihre Locken. Hat schon mal jemand irgendwie Schafe ohne Locken gesehen? War der Sturm irgendwo schon mal so stark, dass die Schafe keine Locken mehr hatten? Wahrscheinlich hat man sie gar nicht mehr gesehen, weil sie weggeflogen waren. Gewitter in Hamburg. Tom Busch. Na, da geht es ja schon gut los da oben. Der Jetstream ist ziemlich heftig momentan über unseren Köpfen. Genau bei Mitteleuropa. Einer fragte das. Stefan Leibach. Und ja, wir haben da teilweise Spitzenböen von 300 Kilometer pro Stunde. So neun bis zehn Kilometer über unseren Köpfen. Und entlang dieses Jetstreams, da rauschen die Tiefs quasi wie an so einer Schnur entlang. Immer wieder vom Atlantik über Mitteleuropa, Westeuropa hinweg. Übrigens der Sturm, der heute Nacht kommt mit dem unaussprechlichen Namen. Ich habe es immer noch nicht ganz raus. Ilenia oder was weiß ich was. Ich bleibe lieber beim offiziellen Namen, der in Europa eingesetzt worden ist. Zum Beispiel von den Briten Dudley. Der Sturm heißt Dudley. Übrigens deswegen, weil die Briten nur ihre Stürme, ihre schadensträchtigen Stürme benahmen. Und da hat dieser Sturm jetzt den Namen Dudley bekommen. Aber darunter ist er eigentlich auch europaweit bekannt. Nur bei uns in Deutschland, weil wir die einzigen, glaube ich, sind, die hochst und tiefst jedes Einzelrohtief benennen. Haben wir da halt im Vorfeld einen anderen Namen vergeben. Aber Dudley klingt doch auch ganz nett. Wie wird es in Österreich? Stormchaser. Auch in Österreich erwarten wir zum Teil Sturmböen. In den Hochlagen der Alpen, in den Alpengipfeln auch Orkanböen. Wobei Orkanböen um die 120, 140 Kilometer pro Stunde dort eigentlich auch nichts wirklich Ungewöhnliches sind. In den Alpen kennt man das eigentlich. Du sagtest in einem Video gestern, bei bis 200 Kilometer können wir den Laden dicht machen. Ja, klar. Also 200 Kilometer pro Stunde sind nicht in Sicht, Gott sei Dank. Im Flachland wäre das ohnehin, ich kann es gar nicht beschreiben, was es wäre. Letztens schrieb auch mal jemand, Böen von 130 wären auch ungefährlich im Flachland. Auch das war natürlich nicht so wirklich richtig. Also ich weiß nicht, ob jemand bei 130 kmh mal seine Hand aus dem Autofenster gehalten hat. Aber da merkt man mal, was für eine Kraft da wirkt. Ich glaube kaum, dass man die Hand lange gegen den Wind halten kann. Solingen ist gerade Wind, sagt Dogi Kanu. In Lüneburg ist es fast Windstille. Silke Fritsche. Das ist schön, da ist es noch ruhig. Wann fängt es in Berlin an? Und Freitag und die Uhrzeit? Also in Berlin morgen in frühen Morgenstunden. Ich würde mal sagen eher so Richtung morgen. 6, 7, 8, 9 Uhr in dieser Richtung. Und einer fragt, frotz der TV, besteht in Schleswig-Holstein Tornado-Gefahr? Also zumindest können sich Gewitter bilden. Und hier und da ist die Ausgangssituation gar nicht so schlecht, dass dafür auch ein geringes Potenzial vorhanden wäre für Tornados. Aber ob da wirklich was draus wird, das wird man sehen. Aber es ist wirklich nur ein ganz geringes Potenzial. Ich glaube, der Sommer wird wieder gewittrig und nass, weil der Winter auch schon durchwachsen und nass war, schreibt Toni123. Also wahrscheinlich ist es dem Sommer eher egal, wie der Winter gewesen ist. Der Sommer macht so ein eigenes Ding. Es ist der nachfolgende Jahreszeit meistens egal, wie die vorige Jahreszeit gewesen ist. Also mir ist zumindest keine Gesetzmäßigkeit bekannt, dass irgendwie nach einem warmen Winter ein warmer oder kalter Sommer folgen könnte. Es ist schon mal so passiert und so passiert. Es kann im Grunde wirklich nach beiden Richtungen passieren. Im Kreis Aachen stürmt es im Westen auch schon, schreibt Viktoria Enes. Sehr schön, vielen Dank. Bekommt das Thüringer Becken was ab, fragt Leon. Naja, Thüringer Becken klingt schon mal nach Windschutz. Wahrscheinlich nicht ganz so dramatisch wie oben auf dem Thüringer Wald. Da wird es wohl heftiger werden mit Orkanböen bis zu 120 Kilometer pro Stunde. In Dortmund geht schon ordentlich die Post ab. Wir können ja mal, was schreibt einer? Mati 716 wäre es richtig. Schulen in Rhein-Pfalz. Und ja, das mit der Schulschließung ist auch mal wieder so eine typische Sache des dezentralen Systems hier in Deutschland. Jeder macht, was er will. Der eine macht die Schulen dicht, der andere macht sie nicht dicht. Tja, ich würde mal sagen, in diesen Zeiten wäre doch auch Homeschooling gut möglich gewesen. Hat ja auch nicht monatelang gut geklappt. Aber auf jeden Fall, also ich hätte auch in Rhein-Pfalz und Saarland die Schulen geschlossen morgen. Es ist zwar da nicht der ganz große Sturm, aber das kommt über Nacht. Da kann alles Mögliche passieren. Und wenn du im Baum umfällst, auf die Gleise, wahrscheinlich ist morgen hier und da der Bahnverkehr eingeschränkt. Auch wenn es nicht ganz so heftig wird in Rhein-Pfalz und im Saarland. Und die Kids, die morgen dann irgendwann um halb sieben auf den Weg gehen zur Schule, das muss eigentlich nicht sein bei so einem Sturm. Und gerade in diesen Zeiten, wo wir alle gelernt haben, wie es auch geht, zu Hause quasi zu lernen, hätte man auch die Schule ausfallen lassen können. Ich weiß, die Frage zielt darauf ab, auch kein Homeschooling zu haben, sondern lieber ganz frei zu machen. Aber ja, also ich hätte jetzt auch da... Jetzt ist es den Eltern überlassen, ob sie die Kinder zu Hause lassen. Also die Entscheidung ist halt auf die Eltern gelegt worden. Ich kann ja mal kurz eine Runde gucken, was die Böen machen aktuell. Einen Moment mal. Wir gucken mal auf die aktuellen Böen bis heute Abend 21 Uhr. Moment, wir schauen mal. Was haben wir denn da Schönes? Die Spitzenböen immer noch ganz vorne mit dabei. Ha, wen wundert's? Mittlerweile aber mit 134,3 Kilometer pro Stunde. Der Brocken im Harz, danach der Feldberg im Schwarzwald, 103,7. In Kiel 103 Kilometer pro Stunde. Das Weinbiet im Pfälzer Wald in Rheinland-Pfalz schon mit 99,4 Kilometer pro Stunde. Büsum 92, List auf Sylt 88, Kalle Asten 88, Großer Arber 87, Cuxhaven 87. Was finden wir noch so? Dann hier bei Kirchheim-Bohllanden in Rheinland-Pfalz auch schon 80 Kilometer pro Stunde. Chemnitz 78 Kilometer pro Stunde. Wuppertal 80 kmh knapp schon. Ja, hier und da bläst schon ganz ordentlich. Aber wie gesagt, in der zweiten Nachthälfte wird der Winter noch mal deutlich zulegen. Dagegen ist das erst jetzt quasi das Vorspiel und der Höhepunkt, der kommt dann in der Nacht. Dominik, hast du keine Angst, fragt mich Niklas Traxas Max. Also ich wohne ja hier in Rheinland-Pfalz, da wird es nicht ganz so ruppig werden. Bis jetzt bin ich noch nie in einen Sturm geraten, der wirklich so gefährlich gewesen wäre, dass ich Angst bekommen hätte, beziehungsweise ich habe mich auch noch nie absichtlich in Gefahr begeben. Ja. Dominik, erklär doch mal, was ein Tornado ist. Ja, ein Tornado ist nicht ein Orkan. Es wird auch gerne verwechselt, dass irgendwie der Wirbelsturm oder Orkan und Tornado das Gleiche sei. Tornado ist mal erst was ganz Kleinräumiges. Tornado ist meistens mal im Sommer mit dabei bei besonders heftigen Gewittern. Wenn eine Windscherung vorliegt innerhalb der Gewitterwolke, das heißt, der Wind verändert mit der Höhe seine Richtung und seine Intensität, dann kann eben in dieser Gewitterwolke eine Rotation entstehen. Es bildet sich dieser Trichter aus. Und erst wenn dieser Trichter quasi den Boden berührt, dann hat man einen Tornado. Vorher ist es einfach nur eine Trichterwolke. Und wenn der Rüssel den Boden berührt, dann ist es ein Tornado. Tornado ist sehr kleinräumig. Der zieht meistens nur ein paar wenige Kilometer weit, zumindest bei uns in Deutschland. Es gibt in den USA auch schon Berichte, da sind sie ein paar hundert Kilometer weit gezogen. Aber bei uns, glaube ich, in Deutschland war bisher die Schnee noch nicht wirklich so extrem lang und breit. Aber wie gesagt, in den USA können die auch schon mal über mehrere Kilometer, hunderte Kilometer wandern. Bei uns bis jetzt ist mir das nicht so wirklich bekannt. Wie sieht es in Hamburg aus? Ich fahre so um 23 Uhr erst von der Arbeit nach Hause und habe Angst. Freche Schnauze. Also ich glaube, das sollte noch einigermaßen funktionieren. Ich kann natürlich nicht für die Deutsche Bahn garantieren, wenn du mit der Deutschen Bahn fahren solltest. Ob da jetzt irgendwie ein kleiner Baumumfeld auf eine Oberleitung, dann ist der Laden lahmgelegt. Aber ja, ab wann sollte man Autofahren bei Sturm vermeiden? Ich sage mal so, bei schweren Sturmbönen oberhalb von 100 Kilometer pro Stunde muss man nicht unbedingt unterwegs sein, wenn es nicht sein muss, schon gar nicht durch Ballstücke fahren. Da kann es auch besonders gefährlich sein auf den Autobahnen. Wir haben ja in der Nähe zwei Autobahnbrücken bei Altsay in Rheinhessen. Und die beiden werden meistens gesperrt bei Sturm. Da ist so ein richtiger Tunneleffekt quasi bei Altsay, so ein Tal und die Talbrücke quasi. Da beschleunigt der Wind richtig voll dagegen. Also wenn da Sturm ist, da sind schon mehrfach LKWs komplett umgekippt mit Anhänger. Und deswegen mittlerweile sperren die sogar die Autobahnbrücken bei sehr starkem Sturm, damit eben die LKWs nicht umkippen und es also Schaden kommt, beziehungsweise von der Brücke fallen. Da geht es nämlich ganz schön tief runter. Wie sieht es in Unterfranken aus mit Orkanen? Ich würde mal sagen, heute Abend Böen so 80 bis 100 Kilometer pro Stunde, also in der Nacht in Unterfranken maximal. In den höheren Lagen auch orkanartige Böen. Wie gesagt, das Hauptwindfeld ist heute eher weiter südlich, weiter weg vom Main, Quatsch, nicht südlich, nördlich vom Main, weiter Richtung Norddeutschland zur Nordsee hoch. Da ist eher die stärkste Windentwicklung. Der Rest ist so ein bisschen mit dabei mit Sturmböen, teilweise auch ein paar schweren Sturmböen. Aber Potenzial für orkanartige Böen, Orkanböen, das hat eher der Norden. Also Berlin, Brandenburg, der Nordosten, Meckpomm, Schleswig-Holstein, der Norden von Niedersachsen vor allen Dingen, aber auch teilweise noch der Süden von Niedersachsen, die Nordsee, da droht auch eine Sturmflut. Also da wird es am heftigsten werden, aber im Rest des Landes ist es im Grunde ein relativ normaler Sturm, wie man ihn halt kennt, immer wieder mal. Fahren morgen die Fähren aufs Festland? Ja, das kann ich leider nicht beantworten, fragt Leon Schulte. Wahrscheinlich fahren sie eher nicht, wenn es zu stark wird. Dominik, einen wunderschönen guten Abend, sagt Martins. Ach, den kennen wir doch schon. Ja, schönen Gruß zurück. Oh, jetzt geht es so schnell. Wann wird es im Meckpomm losgehen? Wie gesagt, so knapp nach Mitternacht dürfte es auch im Meckpomm-Vorpommern deutlich mehr werden mit dem Sturm. Wie sieht es Richtung Duisburg aus? Auch da mittendrin im Unwetter-Warnbereich. Der Deutsche Wetterdienst hat ja bereits seit heute Vormittag, glaube ich, die Unwettervorwarnungen aktiv geschaltet in Unwetterwarnungen. Könnt ihr euch ja mal anschauen auf der Wetterseite www.wettergefahren.de. Natürlich auch bei www.wetter.net. Da könnt ihr direkt euren Ort eingeben und dann seht ihr direkt, ob für euren Ort Wetterwarnungen, Unwetterwarnungen vorliegen. Also www.wetter.net, Ort eingeben und dann wird da auch direkt, wenn es eine gibt, eine Unwetterwarnung angezeigt und auch um was es geht. Du bist der Beste, sagt Friedrich Sassenberg. Vielen Dank. Da wird mir ja fast schon rot. Wann ist mit dem neuen Lauf der Wettermodelle zu rechnen? Naja, der 12-Uhr-Lauf ist jetzt durch. Der 18-Uhr-Lauf dürfte bald losgehen beim deutschen Wettermodell. Das ist mit am frühesten dran. Und ja, danach kommen die anderen. Dagmar. Hallo Dominik. Danke dir für deine Arbeit. Vielen Dank, Dagmar und Grüße zurück. Mögen Sie Kinder? Ich habe selbst keine Kinder. Warum soll ich sie nicht mögen? Ich habe zumindestens die Woche ab und zu ein paar, wenn ich Nachhilfe gebe. Ich gebe immer noch Mathe- und Physik-Nachhilfe. Seit jetzt über 20 Jahren übrigens. Also ich komme schon gut zurecht. Kommt was am Bodensee? Theodor Bauer. Ja, da auch ein paar Sturmböen, aber nicht so wirklich dramatisch Richtung Bodensee. Da sind wir schon doch sehr weit südlich. Da ist nicht das Hauptsturmfeld unterwegs. Was meinst du, welches Modell am wahrscheinlichsten ist? Ich denke, irgendwie wird es am Ende eine Mischung werden, hat eben der Lukas gefragt. Ich denke, es wird eine Mischung werden aus allen Modellen. Kein Modell wird irgendwie wissen, wer da die Nase vorn haben wird am Ende. Also wie es am Ende ausgeht. Das kommt auch immer auf die Schauer an. Da bilden sich dann spontan noch irgendwo Schauer. Und dann kracht es mal richtig. Da gibt es mal eine heftige Böe und die hat dann irgendwie auch mal über 120 Kilometer pro Stunde. Und dann haben wir noch einen anderen Punkt. Wir wissen auch gar nicht am Ende, wie viel Wind es wirklich war. Wir haben zwar Wetterstationen, aber die stehen ja auch nicht jeden Meter eine. Das heißt, manchmal gehen auch Böen irgendwo runter. Da besteht keine Wetterstation. Und vielleicht war es eine richtig heftige Orkanböe. Und keine Station hat die gemessen. Also kann im Grunde auch passieren. Lieber Dominik, nett, dass du das machst. Liebe in Frankfurt wird es da. Danke dir für die Infos. Das fragt Renate Malig. Frankfurt auch heute Nacht ein paar Sturmböen mit dabei. Ich würde sagen so 80, vielleicht maximal 90 Kilometer pro Stunde heute Nacht in Frankfurt. Auf dem kleinen Feldberg, großen Feldberg im Taunus, da könnten es auch schon 100 bis 110 werden. Also da ist es schon ein bisschen ordentlicher. Wie viel kmh in Darmstadt bis Samstag maximal? Also da könnte es vor allen Dingen Freitag auf Samstag auch mal 100 Kilometer pro Stunde geben. In Darmstadt selbst. Und ja, das riecht nach Xaver 2. Als Meteorologe Nachhilfe Schüler geben, dient Respekt. Ja, es hat nie aufgehört irgendwie. Ich bin da irgendwie hängen geblieben. Das ist so eine Art Mundpropaganda. Meine Mutter hat es jedem weitererzählen. Und hier, wo ich hergezogen bin, hat es auch irgendwie jeder jedem weitererzählt im Ort. Ich glaube, ich habe ja schon einen Großteil des Ortes quasi bis zum Abitur begleitet. Das ist auch sehr unterhaltsam. Hält zumindest fit. Und man bekommt so ein bisschen mit, wie sich quasi der Schulstoff in den letzten 20 Jahren völlig verändert hat. Gerade in Mathematik. Man denkt ja eigentlich, Mathe wäre immer gleich. Aber irgendwie hat sich das zum Teil wirklich total geändert. Liebe Grüße aus Minden nach Rheinland-Pfalz. Viele Grüße aus Minden zurück. Ich möchte jetzt nicht auf einer Hallig wohnen, schreibt Tom Busch. Das ist jetzt sehr interessant. Ich würde gerne mal auf einer Hallig sein bei so einem Sturm. Wäre bestimmt mal interessant, sowas auf einer Hallig mitzuerleben. Wie stark wird es in der fränkischen Schweiz? Die fränkische Schweiz ist da nicht so. Pottenstein, Gößweinstein. Da war ich übrigens in der Jugendherberge in Gößweinstein. Ich glaube, mittlerweile ist die abgerissen. Und in der fränkischen Schweiz, ja, da erwarten wir auch ein paar Sturmböden in der kommenden Nacht. Aber nicht das große Sturmdrama. Wie gesagt, das spielt sich weiter nördlich ab. Soll es viel Regen geben in Hamburg? Naja, bei kräftigen Schauern, liebe Isabel Krüger und Gewittern, kann es auch wirklich mal kräftige Regengüsse geben in der kommenden Nacht. Blitz und Donner sind da auch mal mit dabei. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, man ist irgendwo mitten im Sommer. Aber die Warmluftdüse ist ja auch noch um die Ohren. Aber danach kommt ja die Kaltfront und dann sinken die Temperaturen. Und wir haben am frühen Morgen teilweise nur 4, 5, 6 Grad in Schleswig-Holstein. Da ist die Kaltfront schon angekommen. Zugleich aber im Rhein-Main-Gebiet 12, 13 Grad am frühen Donnerstagmorgen. Das ist auch sehr interessant. Maskenpflicht HDs fragt nach Berlin. Ja, Berlin eben auch. Ich würde mal sagen, ab 4, 5 Uhr am frühen Morgen müsste es da auch mit dem Höhepunkt zugehen. Fein schreibt NRW geht unter, Dominik. Nee, ich glaube, da geht nichts unter. Also ich meine, wir müssen alle mal entspannt bleiben und cool bleiben. Und ja, wie sieht es in Altenkirchen aus? Im Westerwald ist das wahrscheinlich das Altenkirchen, oder? Da war ich letztens sogar gewesen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Ja, auch da im Westerwald, die Hochlagen 80 bis 90 Kilometer pro Stunde sind da durchaus drin. Aber auch noch kein ganz großes Drama. Wie viele Kilometer in Oldenburg, Heino Online, da gehe ich eher von 100 bis 110 Kilometer pro Stunde aus. Da wird es ein bisschen ruppiger werden. Und ja, ansonsten nochmal der Hinweis, heute Nacht nicht irgendwie rumtanzen in irgendwelchen Parks oder in irgendwelchen Wäldern. Ich denke mal, die meisten schlafen nachts, wenn sie nicht gerade draußen unterwegs sein müssen, irgendwie bei der Arbeit. Aber ansonsten gilt halt wirklich, bis nächste Woche sich von den Wäldern fernhalten. Nach dem ersten Sturm in der kommenden Nacht kommt dann am Freitagnachmittag der zweite Sturm. Freitag auf Samstag und dann kommt der nächste Sturm schon wieder Sonntag auf Montag. Haben wir auch schon wieder teilweise 80 bis 100 Kilometer pro Stunde im Westen des Landes. Also das hört einfach nicht auf. Das sieht nach einer längeren Sturmserie aus. Hätte man auch nicht geglaubt. Dezember, Januar dümpelt so vor sich hin. Eher Hochdruck mal gewesen. Graues Wetter, nicht wirklich viel passiert. Und jetzt die volle Westdrönung. Also die Wetterlage hat sich total umgestellt. Dominik, der ARD-Wetter-Meteorologe, hat gesagt, dass es in den höheren Lagen bis zu 200 Kilometer pro Stunde geben kann. Also ich sage ja in den Gipfellagen, Brocken 170, da ist die 200 kmh nicht mehr ganz so weit weg, wenn man es aufrundet. Aber 170, 180, denke ich, in Brocken können schon vorkommen. Ob sie 200 wird, vielleicht sogar eher am Freitag auf Samstag Richtung Erzgebirge. Da könnte es auch so Effekte geben, dass es da reicht für 200, aber wirklich nur in den Gipfellagen, also nicht irgendwie in den Niederungen. Aber ich glaube, das hat er auch gemeint, der Meteorologe in der ARD, der immer das heute Abend war. Dieses Jahr gab es noch keinen Schnee bei mir. Herzlichen Glückwunsch, Timo. Hier bei mir gab es auch noch keinen Schnee in diesem Jahr. Drohen Überschwemmungen? Ne, so viel Regen ist eigentlich gar nicht in Sicht, dass es dazu großräumige Flutungen kommen könnte. Also eine große Hochwasserlage im Westen sehe ich jetzt momentan nicht. Wie wird der Wind in Niederbayern? Fragt Leno Gabauer in Niederbayern. Das muss ich erst mal überlegen. Niederbayern ist okay, ich habe es im Kopf. Da einzelne Sturmböden, so vielleicht 70, 80, maximal 85 km pro Stunde. Heute und morgen gehe ich besser nicht nachts über den Friedhof. Wer geht denn nachts über den Friedhof, Mr. BSD? Das ist ja wirklich, wo lauft ihr eigentlich nachts rum? Auf dem Friedhof. Cool, Livestream mit Dominik. Sagt 33 FPS. Freut mich auch, dass du da bist. Ab wann fallen die Dachziegel runter? Michi Fallmer, ja das kommt drauf an, wie gut hier auch festgemacht sind auf dem Dach. Und wie vielleicht alt das Dach ist, ein Scheunendach, wo die nur locker rumliegen. Fliegt schneller mal ein Ziegel runter. Also der kann schon bei 70 kmh ein Ziegel runterfliegen. Es kommt ganz vor, oder 60. Also das kann alles passieren. Wie wird es in Darmstadt zum Berufsverkehr? Wie gesagt, der Wind zieht halt in den frühen Morgenstunden drüber. Und wenn da irgendwie mal so ein Baum umkippt, auf eine Oberleitung fliegt, von der S-Bahn zum Beispiel ins Rhein-Main-Gebiet, dann ist halt auch mal beim Frühverkehr morgen früh einiges lahmgelegt. Also ich gehe mal persönlich davon aus, dass morgen früh in Norddeutschland viele Schulen geschlossen sind und auch der Bahnverkehr weitgehend zum Erliegen kommt. Die Deutsche Bahn sagt dann irgendwann, wir haben Unwetter, wir fahren nicht mehr, Feierabend. Dann ist es auch egal, ob wirklich was umgefallen ist an Bäumen. Da wird einfach dichtgemachte Laden. Und ich denke, da wird morgen größtenteils einiges eingestellt werden. Ich sitze auf der Toilette. Danke für die Information, BT1999er. Das ist toll. Auch da kann man sich mit diesem Livestream die Zeit treiben. Ab wann wird es gefährlich für Hausdächer in Böen? Das sagte ich ja eben. Das kommt ganz aufs Hausdach an. Ist es ein Flachdach? Ist es so ein Satteldach oder wie das heißt? Giebeldach? Keine Ahnung. Also ich sage mal, wenn es deutlich über 120 geht, dann fliegen sicherliche Ziegel weg. Aber auch schon bei geringeren Böen können mal an der Seite Ziegel wegfliegen. Das kommt nicht mehr darauf an, wie alles beschaffen ist. Ihr kennt ja die Bilder aus den USA. Bei einem Sturm mit 120, 130 sind die meisten Häuser da weg. Bei uns würden die meisten dann noch stehen bei diesen Windgeschwindigkeiten. Kannst etwas zu Köln sagen? Fragt Sversi. Ja, Köln kommende Nacht. Einzelne Sturmböen um die 80 bis 90 Kilometer pro Stunde. Viel mehr sollte es eigentlich nicht werden. Denn bei mir auf Ambrum geht ordentlich die Post ab. Leon Schulte hier. Da wäre ich jetzt auch gerne. Da ist bestimmt Party angesagt. Also zumindest mal so ein bisschen erleben. Ist nicht schlecht. Solange nichts passiert, ist alles ganz gut. In Kölnbach gab es etwas Schnee. Ah, auch in Franken, in Oberfranken. Das ist doch schön. Ist er dann lange liegen geblieben? Ich glaube nicht so wirklich. Wie Kyrill wird der Sturm nicht, oder? Ja, Kyrill war ziemlich breit gefächert. Er hat quasi einmal vom Norden bis in den Süden gereicht. Und da war ja wirklich 2007, was glaube ich, im Januar komplett Deutschland lahmgelegt. Abends der ganze Bahnverkehr eingestellt. Aber so flächendeckend ist der Sturm zumindest nicht. Aber ich warte mal ab. Vielleicht gibt es hier und da ein paar Überraschungen. Und ich hoffe nicht zu viele unschöne Überraschungen. Kannst du mich grüßen? Extension HBC, ich grüße dich. Wann gibt es mal wieder Kati? Ja, Kati, Phaclexi Talionis. Ja, Kati müssen wir mal wieder einplanen. Dann kann Kati auch mal wieder Wetter machen. Bis jetzt mache ich erstmal noch weiter. So, bis der Sturm vorbei ist. Ich hoffe, er ist irgendwann vorbei. Ich habe das Gefühl, hinten nach hinten wird es immer weiter verlängert. Da kommen neue Sturmtiefs. Ich hoffe nicht, dass die Sturmlage vielleicht bis Ende Februar am Ende geht. Dann wird das eine lange, lange Zeit. Dominik, um wie viel Uhr soll die Kaltfront erwartet werden? Die Frage habe ich mehrfach gelesen vom Pyro-Affer. Aber wo erwartet? Wo, 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 wo? Ich weiß nicht, wo du wohnst. Da ist es ein bisschen schwer beigetreten. Bin heute erst deinem Kanal beigetreten. Seit Anja K. Ja, vielen Dank, Anja K. Mach schön Werbung für unseren Kanal. Damit noch viele mehr zukommen. Ich sage immer, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo. Andere nennen das ja Betteln nach Abos. Wobei ich mir denke, macht das eigentlich nicht jeder gute YouTuber? Man will doch auch was haben. Man will Abonnenten haben. Und dann sagt man auch mal einen Daumen nach oben. Ich finde das so witzig, wenn das einige da irgendwie Betteln nennen. Man kann es auch Betteln nennen. Wenn sie es Betteln nennen wollen, können sie es auch Betteln nennen. Ab welchen Windgeschwindigkeit ist es sicher rauszugehen? Auf die Straße. Ich würde mal sagen, unter 90 bis 100 kann man auf jeden Fall rausgehen. Ab 90 bis 100, da kann immer mal was runterfallen. Also mal so ein Ast, der abbricht. Oder auch mal vielleicht schon ein Dachziegel. Ist nicht so. Das kann man im Grunde auch nicht verpauschalieren. Ich weiß auch nicht mal, wie stark die Böe war, dieses eine Plakat da umgerissen hat. Ich glaube, es war ein Wahlplakat beim letzten Sturm Nadja, wo da eine Person erschlagen worden ist. Ich weiß nicht, wie stark die Böe war, die dieses Plakat umgerissen hat. Aber ich glaube, das würde auch schon umfallen unterhalb von 80, 90 Kilometer pro Stunde. Wenn der Wind stark genug ist, dann ist es halt recht gefährlich draußen. Und es kann einem immer etwas treffen. Ich sage mal so, bei 50 kmh kann auch mal ein Blumentopf runterfallen aus dem dritten Stock. Trifft er dich am Kopf, dann kann es das auch gewesen sein. Wie stark war damals Lothar, fragt Steffen. Ey, da müsste ich jetzt lügen. Da müsste ich jetzt lügen. Oder ich müsste jetzt wirklich ganz gut wissen, wann das war. Moment, das war doch am 26.12. Jetzt bleibt mal alle kurz dran. Am 26.12. Und zwar 1999 war das mit Lothar, oder? Jetzt müsste ich mal gucken, wie waren die stärksten Böen? Da haben wir ja Lothar. Lothar war vor allem Süddeutschland 258,8 Kilometer pro Stunde. Hatte der Wendelstein in Bayern 258,8 Kilometer. Und das war am 26.12.1999. Der Feldberg im Schwarzwald 210,6. Die Zugspitze 197. Das Weinbiet im Pfälzer Wald auf 500 Meter in Rheinland-Pfalz 182. Was haben wir noch schönes? Karlsruhe 153 kmh. Stuttgart 143 km pro Stunde. Lindau 136. Freiburg 131 km pro Stunde. Saarbrücken 128 km pro Stunde. Wir sehen also, das war ein richtig fetter Orkan. Und ich gehe nicht davon aus, dass wir diese großen Böen, hohen Böen erreichen werden in den tiefen Lagen. Also das war eine Runde Lothar. Wie gesagt, 26.12.1999. Wie stark war Orkan Sabine am Niederrhein? Mein Gott, ihr lasst mich heute Abend aber wirklich bluten. Sabine war glaube ich am 10. Februar, oder? 10. Februar vor zwei Jahren. Wenn ich es richtig im Kopf habe. 10. Februar 2000 und jetzt muss ich wieder ganz nach vorne gehen. 2020, oder war da Sabine? Moment, ich muss gucken. Ja, da war wahrscheinlich Sabine gewesen. Und auch da mit Böen. Feldberg 176, Brocken 170. Ja, da hatten wir so die 170 gehabt auf den Brocken. Weinbiet 150. War gar nicht so heftig. München 120. Hält sich eigentlich in Grenzen. Würzburg 115. Chemnitz 115. Das geht eigentlich. Mühlacker 120. Okay, Orkanböen. Aber nicht so stark, wie der Lothar war. Also Sabine hielt sich da auch noch sehr arg in Grenzen. Gott sei Dank. Wie stark war Viktoria? Ja, also jetzt bin ich echt raus. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich genau gucken müsste. Wann das jetzt genau war. Könnte Schleswig-Holstein den zweiten Lothar bekommen? Also ich habe ja eben vorgelesen, die Spitzenbühlen bei Lothar. 270 Kilometer pro Stunde waren es, glaube ich, auf dem Wendelstein in Bayern. Also das ist eine Hausnummer. Die nochmal einzuholen, das wird nicht so einfach sein. Also ich glaube nicht, dass wir solche Geschwindigkeiten erreichen werden. Wie wir 1990, war auch heftig am Rosenmontag. Daniel S., wurde eigentlich damals der Zug abgesagt in Mainz. 1990, da war ich noch ein bisschen jünger. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Kannst du dich noch an den Orkan im Sommer 2002 erinnern? Da habe ich gerade angefangen bei Wetternet mit dem Aushilfsjob in der Meteorologie-Redaktion. Da kann ich mich irgendwie nicht mehr an einen Orkan erinnern im Sommer 2002, liebe Jasmin Fischer. War das vielleicht nur ein großes Unwetter oder war es wirklich ein Orkan? 1990 gab es eine Orkanserie, viele Tote, Millionen Schäden. Marc Anders, da erinnere ich mich auch noch dran. Da gab es ja auch dann 1993, das große Hochwasser an Nahe, Rhein und Mosel. Das Jahrhunderthochwasser 1993. Ich glaube, es war am 21.12.1993. Genau, da war es nämlich. Es war kurz vor den Weihnachtsferien. Da konnte man nämlich nach Hause gehen und hatten zwei Tage länger Ferien. Das Blöde war nur gewesen. Ich hatte das, das weiß ich noch ganz genau. Da war dann drei Tage Kabelfernsehen aus, weil in Bad Kreuznach die ganzen Verteiler-Dinger überschwemmt waren und das Signal war tot bei uns im Ort. So ein Mist. Da gab es noch kein Internet, nur Fernsehen und das Fernsehen war drei Tage tot. Kein Tele 5, kein Bim Bambino. Mein Gott, was ein Leben. Wie stark wird der Sturm in Würzburg sein? Hatten wir es nicht schon mal? Das ist Mittelfranken-Würzburg, oder? Oder ist es Unterfranken? Nee, Mittelfranken. Und ja, da warten wir maximal in der kommenden Nacht 80 bis 90 Kilometer pro Stunde. Vielleicht mal in Schauern bis zu 100, aber sonst nichts Dramatisches. Heute vor 60 Jahren gab es eine schwere Sturmflut an der Nordseeküste, schreibt Stefan Brast. War das heute die große Flut mit Helmut Schmidt als Bürgermeister in Hamburg? Das war doch diese große Sturmflut, oder? Da gab es doch auch viele Tote in den niederen Stadtteilen, als die Deiche gebrochen sind. Aber heutzutage sind die Deiche Gott sei Dank deutlich höher ausgelegt an der Nordsee. Da habe ich damals auch mal so einen Spielfilm gesehen zu dieser Nacht. Das war ja richtig gruselig, als dieses Wasser da quasi in diese Häuser kam. Die waren ja teilweise so wie Gartenlauben angelegt, diese Häuser. Da hatte man natürlich keine Chance gehabt, als die Flutwelle kam. Und ja, Warnung war da auch im Vorfeld eher schwer möglich. Es gab ja nur über Sirenen und Rundfugdurchsagen. Das geht ja heute alles ein bisschen einfacher. 66978, sag was. Entschuldigung, was für eine Postezahl ist 66978? Saarland oder was? Da muss ich jetzt raten. Also Saarland erwarte ich auch in der kommenden Nacht einzelne Sturmböen um die 80 bis 90 Kilometer pro Stunde Richtung Hochwald. Hunsrück rüber. Da können es auch mal 100 bis 110 Kilometer pro Stunde sein. Wie wird es in Fulda, Hessen, will Maxi Wille wissen. In Fulda, Hessen, da erwarten wir bis zu 100 Kilometer pro Stunde. In der Spitze, vor allem in höheren Lagen, auch bis zu 110 Kilometer pro Stunde. Gibt es neue Infos in Sachen Frühlingsprognose von der NOA? Fragt Ralf 1887. Alles beim Alten. Eher 2 bis 3 Grad zu mild. Die 3 Grad Abweichung nach Norden und nach Süden. 3 Grad wärmer, 2 Grad wärmer als das Klimamittel 91 bis 2020. Also auf den ohnehin schon sehr warmen Zeitraum werden nochmal 2 bis 3 Grad oben drauf geschlagen. Es sieht nach einem sehr warmen Frühjahr aus und auch nach einem sehr trockenen Frühjahr. Wobei ich das Trockene gar nicht so richtig glauben kann, will, mag. Aber gut, wir sind gespannt, wie es am Ende ausgeht. Vielleicht gibt es ja auch nochmal, ja, schon die ersten Sommertage im März. Kann es immer wieder mal geben. Entschuldigung, ich habe gerade so einen lustigen Kommentar hier gelesen. Tornado auf der Toilette, meine Güte, Leute. Wie ist es mit der Sturmflut in Bayern? Wo in Bayern? Am Bodensee oder was? In Baden-Württemberg. Also am Starnberger See. Sturmflut. Also die Sturmflut ist, wenn, an der Nordsee oder an der Ostsee zu finden. So kenne ich sie zumindest. Aber gut. In Pirmasens. Ach, Pirmasens. Naja, da war ich nicht so weit weg mit dem Saarland, ne? Also Pirmasens ist ja fast schon gleich wie Saarland. Pirmasens, da ist doch die Schuhfabrik damals gewesen, vielen, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Ja, also da warten wir auch so 80 bis 90, vielleicht auch mal 100 in der Spitze, wenn die Schauer durchgehen. Aber kein Orkanbild, würde ich behaupten. Mein Sohn ist Feuerwehrmann. Alle Achtung dafür. Es wird eine lange Nacht, schreibt Isa Maruf. Dann wünsche ich alles Gute für die kommende Nacht. Dominik macht Tornado, sagt Pyro-Ratte. Ne, Wetter kann ich leider noch nicht machen. Ha! Stell euch mal vor, wir könnten das Wetter machen, wir Meteorologen. Ich sag's euch. Der Winter. Polarwinter. Eiswinter. Eingeschneit werden wir alle, wenn wir Meteorologen uns den Winter machen könnten. Nee, nee, nee. Das ist schon besser so, dass es nicht so gemacht wird. Wie sieht es Berlin-Brandenburg aus? Da auch vor allen Dingen in den frühen Morgenstunden ab 3, 4 Uhr nimmt der Wind nochmal deutlich zu. Da muss man auch mit vielen Sturmböen rechnen. Du bist ein süßer, schreibt hier jemand. Autogrammkarten kann man gerne bei uns anfordern. Sind zwar ein bisschen älter, aber ich muss sie loswerden. Liegen noch so viele rum und keiner möchte Autogrammkarten haben. Leute, wir haben noch Autogrammkarten. Kosten auch nix. Dominik, wie ist es aktuell bei dir? Fragt Shadow Weather. Also momentan höre ich draußen nichts. Die Rollläden sind ruhig. Ich habe auch hier nur andere Häuser um mich rum. Ich kann auch gar nicht sehen, ob sich Bäume bewegen. Also ich müsste mal kurz aus dem Bild gehen. Aber nein, es sieht eher ruhig aus. Ich wohne hier in so einem kleinen Ort, so ein bisschen tiefer. Da fegt der Wind über den Ort eigentlich meistens drüber. Also viel passiert ist hier noch nie. Kann ich morgen früh die Bahn in Berlin und Brandenburg vergessen? Bastian Köpsch. Ich bin nicht von der Deutschen Bahn, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen. Aber weil ihr es seid, ich gehe mal kurz auf die Bahnseite. Könnt ihr aber auch mal machen. Bahn.de. Und ich wette mit dir, da finde ich jetzt den großen Satz. Wegen eines Unwetters. Punkt, Punkt, Punkt. Da ist es schon. Ich wurde jetzt auf die Bahn des Verlass. Unwetterwarnung. Auslegung auf den Bahnverkehr bundesweit vom 17. bis 19.09. möglich. Ihr könnt eine kostenlose Service Nummer wählen. Ja, also es kann zu Verspätungen kommen. Zug ausfällen in diesem Zeitraum. Vom 17. bis 19.02. Ihr könnt dann eure Tickets zurückgeben. Scheinbar kostenfrei sogar. Ja, sollte es auch sein. Auch wenn es höhere Gewalt ist. Ja, gut. Was haben wir noch Schönes? Was für Fragen haben wir heute Abend noch zu klären? In Ödelum, in 31174 gibt es schon kräftige Böen. Schreibt der Stefan Bras nochmal. Dann schön im Häuschen bleiben. Einen Tee aufsetzen. Und den schönen Livestream genießen. Hast du Infos zur Lage in England? Fragt mich einer. Habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Aber kann man sich ja irgendwo holen. Man muss nicht alles wissen, sagte schon meine Oma. Man muss nur wissen, wo es steht. Moment, wir gucken mal. Wir gucken mal Richtung England. Oder auch nicht. Einen Moment. Ich kann ja mal gucken, was gerade so Spitzenböen sind in Europa. Das kann man ja mal kurz mal sich anschauen. Dann schauen wir uns mal die Spitzenböen an. Aktuell eine Runde Spitzenböen in Europa. Oh, oh, oh. Ja, da sind schon ein paar tolle Böen dabei in Großbritannien. Ich sortiere es mal schnell. Da haben wir, oh Gott, oh mein Gott. Was für ein Abend ist das? Camewell in Großbritannien. 933 Meter hoch die Wetterstation. 150 Kilometer pro Stunde. Schon gut mit dabei. Dann hier in Großbritannien. Keppel Courage. 215 Meter hoch. 130 kmh. In Irland. 130 kmh. Großbritannien weiter hier. Emily Moore. 119 kmh. Alles ziemlich weit unten. Also da geht es schon gut ab. Auf den britischen Inseln. Teilweise schon auch im Binnenland. Mit Orkanstärke. Also da geht es schon ordentlich zur Sache. Und wie gesagt, dieses Sturmfeld zieht jetzt weiter Richtung Mitteleuropa, Richtung Deutschland. Und das wird uns dann erreichen in der kommenden Nacht. Gerne Autogrammkarten. Da müsst ihr bitte eine E-Mail schreiben an info.atkumed.de. Dann bekommt ihr auch Autogrammkarten. Bitte die Adresse nicht vergessen. Wie schaut es in Konstanz aus mit Stürmen bis Samstag? Stürmig ja, aber nicht der ganz große, schwere Sturm. Maximal 70 bis 80, vielleicht mal 90 km pro Stunde. Viel mehr sollte das in Konstanz nicht werden. Holland und Belgien stark betroffen. Stefan Leibach wieder. Ja, das ist auch richtig. Auch da kommt der Sturm drüber. Und 1962 gab es 340 Tote durch die Sturmflug, schreibt Nikolaus Häusler. Das war wirklich auch ein sehr tragisches Ereignis. Wie sieht es in Luxemburg aus? Fragt Tanja Raguso. Schau doch einfach mal auf wort.lu nach. Da gibt es ein Wettervideo mit einem Wetter von mir von heute ganz frisch. Nur für Luxemburg. Und ich kann es schon mal verraten, auch Luxemburg mit Böen um die 80 bis 90 km pro Stunde Richtung Adem sind auch mal bis zu 100 km pro Stunde möglich. Kann der Strom ausfallen, schreibt Hülam. Kann passieren. Immer mal, wenn mal ein Hochspannungsmast umkippt, beschädigt wird, ein Baum drauf fällt, ist auch mal kurz der Stromwert. Wo ist der kälteste Winter aller Zeiten von einigen Wetterexperten? Fragt Artif Spider. Wer hat das vorhergesagt? Noah hat es nicht vorhergesagt. Auch ECMF hat es nicht vorhergesagt. Es wurde nirgendwo von seriösen Wettermodellen, ich wiederhole mich, ein kalter Winter vorhergesagt. Ja, das war wahrscheinlich ein Wunschwinterwetter. Ich hätte ja auch gerne mal einen kalten Winter gehabt. Aber ich kann mir leider den Winter auch nicht basteln, wie ich ihn gerne hätte. Wie sieht es in Leipzig aus? Fragt OWL City. Leipzig auch. Gegen frühe Morgenstunden 3, 4, 5 Uhr deutliche Windzunahme nochmal. Auch Böen 80, 90 km pro Stunde. Teilweise auch schwere Sturmmöen um die 100 km pro Stunde. Auch da kann es richtig ruppig werden, wenn die Kaltfront durchzieht. Wie stark wird der zweite Orkan in Schleswig-Holstein? Fragt Ralf. Also momentan ist es noch sehr unterschiedlich. Das deutsche Modell sieht die ganze Sache weiter südlich, Richtung Mainlinie. Die anderen sehen das alle mehr in Schleswig-Holstein. Also auch mit 130 km pro Stunde. 120 bis 130, also Orkanböen. Das deutsche sieht den Schwerpunkt eher weiter unten im Süden. Also in der Mitte des Landes. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Da brauchen wir noch ein bisschen Geduld. Einer schreibt, er liebt mich. Jauu, wunderbar. 40 Grad im Sommer. Ne, das brauchen wir nicht. Wer will 40 Grad im Sommer? Ich jedenfalls nicht. Das wird hier in diesem Altbau zu einem richtigen Sauna-Ereignis. Wie wird das Weihnachtswetter 2022? Ja, das wüsste ich auch gerne. Ich hätte mal gerne Schnee an Weihnachten. Kannst du mal jemanden einrichten vielleicht? Dominik, kannst du jetzt schon sagen, wann der Sturm vorbei ist vielleicht nächste Woche? Naja, der Sturm ist ja schon vorbei. Also morgen geht er erstmal wieder runter, der Sturm. Die Sturmaktivität, dann geht es wieder rauf am Freitagnachmittag. Dann kommt Sonntag auf Montag wieder der nächste Sturm. Die ganze Zeit ist so ein Grundrauschen da. So ein Wind, so ein leichtes Stürmchen. Dann wird es dann wieder stärker. Es geht wirklich auf und ab in den nächsten Tagen. Dominik, könntest du mal den Modus runter machen? Da muss ich leider sagen, wenn der Chat am Laufen ist, kann ich nichts mehr verändern. YouTube ist da super lahm an der Stelle. Man kann nichts mehr ändern, wenn der Chat läuft. Der User meinte wahrscheinlich den Live-Chat. Ich habe eingestellt. Nur alle 120 Sekunden kann jemand was abschicken. Wenn nämlich zu viel geschrieben wird, dann komme ich wahrscheinlich nicht hinterher. Jetzt geht es auch hier noch los. Es kommen noch Anfragen. Hier habe ich mein Handy rein. Was hören wir da? Oh. Bild ist top, lese ich da. Ton ist gut. Ah, ich soll nochmal Werbung machen für die App. Genau. Wir haben auch eine App bei Wetter.net. Die könnt ihr euch downloaden. Und zwar für Android-Geräte momentan. Ich weiß, ihr habt oft nachgefragt. Auch für iPhones soll es die bald geben. Guckt einfach mal im Android-Store nach. Im Google Play Store. Wetter.net, unsere Wetter-App gibt es da auch. Kann man sich auch mal runterladen. Da hat man auch immer das Wetter dabei. Da kann man auch wunderbarerweise unsere YouTube-Videos alle immer quasi im Hosentaschen-Format dabei haben. Ist also auch eine schöne Sache. Oder guckt einfach mal auf www.wetter.net vorbei. Der kälteste Winter. Jawohl. Warum wir keine Werbung mehr machen für die Wetter-App, hat gerade jemand gefragt. Ich kriege von allen Seiten Nachrichten. Ja, wir haben es irgendwann rausgenommen. Ich glaube, es hat auch manche ein bisschen genervt, die viele Werbung für die App. Das war im Grunde so ein bisschen zum Anlaufen gedacht. Ich will ja auch nicht jeden immer nerven mit dem gleichen Standardsatz. Und wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr mehr wissen wollt. Man kommt sich wirklich manchmal davor wie so ein Werbemännchen. Also deswegen haben wir irgendwann auch mal ein bisschen eingestellt oder ein bisschen runtergefahren, die App-Werbung. Mittlerweile kennen auch viele unsere Wetter.net-Wetter-App im Google Play Store. Und haben einfach mal reingeschaut. Einer schreibt mir gerade hier in Facebook, ich hätte einen schönen Stern im Fenster. Ja, das ist meine Winterbeleuchtung. Nicht die Weihnachtsbeleuchtung, meine Winterbeleuchtung. Ist es vergleichbar mit anderen Stürmen? Fragt Nebo361. Ja, sicherlich mit anderen Stürmen. Ich glaube, einige Wetterleute haben heute auch mal gesagt, es wären die schlimmsten Stürme seit 10 bis 15 Jahren. Das muss man im Endeffekt abwarten, wie heftig es wirklich wird. Also in den Wettermodellen sah es auch schon mal noch deutlich heftiger aus vor zwei, drei Tagen. Da wurde auch ein bisschen runtergerechnet. Aber letztendlich wissen wir nicht wirklich, wie stark am Ende die Böen ausfallen werden, die uns da jetzt in der ersten Nacht erwarten. Und vielleicht auch noch in der zweiten Nacht. Das können wir jetzt alles nur erahnen, ungefähr anhand der Wettermodelle. Aber kein Wettermodell ist in der Lage, wirklich auf das KMH genau vorherzusagen. Jetzt schon, wie stark wo welche Böe sein wird. Und ich gucke mir gerade noch mal die stärksten Böen an von aktuell heute Abend. Wir gucken noch mal eine Runde. Hat sich was getan in den letzten Stunden bei uns in Deutschland noch mal? Wir hatten in den Brocken mit 134. Ist weiterhin so geblieben. Ja, nicht viel Neues momentan. Um die 90 Kilometer pro Stunde aktuell an der Nordseeküste. 103 in Kiel. Das ist so das Höchste. Im Westen auch schon bis zu, was haben wir da? In Wuppertal 81 Kilometer pro Stunde. Auch Richtung Aachen haben wir schon so 77 Kilometer pro Stunde. Also langsam nimmt der Wind zu. Seid bitte sehr vorsichtig. Aber wie gesagt, die meisten werden wahrscheinlich schlafen gehen. Ja, einen Red Bull könnte ich auch gerade gebrauchen. Ich bin irgendwie ein bisschen platt. Die letzten Tage nur vier Stunden geschlafen. Man merkt es irgendwie. Morgen soll es in Teilen Österreich sogar 18 Grad plus geben. Unglaublich, schreibt Christian Gerhard Hellminger. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen auf unserem Wetterkanal. Ja, hatte ich glaube auch mal erwähnt. Gestern im Video Österreich, Wiener Becken, Wiener Ecke. Morgen 17, 18 Grad sind durchaus möglich. Wir hatten aber auch im vergangenen Februar, Ende des Monats, glaube ich, 20 bis 22 Grad mal in Deutschland gehabt. Und das, nachdem der Februar anfangs so kalt gewesen war. Also der vergangene Februar 2021 war echt ein großer Kontrastmonat. Eisig kalt teilweise in der Mitte. Und dann ist das Wetter komplett umgeschlagen in die andere Richtung. Und wir hatten am Ende noch einen leicht zu warmen Monat bekommen. Oberfranken wird immer ein bisschen vergessen, sagt Katrin Fürbringer. Ja, wer vergisst sein Oberfranken? Bambersch. Schöne Grüße nach Bambersch. Nach Hof. Was gibt es noch da oben alles? Liechtenfels, Lichtenfels, Staffelstein. Nee, wird nicht vergessen. Auch in Franken erwarten wir kommende Nacht zum Teil Sturmböen. Bis schwere Sturmböen bis zu 100 Kilometer pro Stunde Richtung Fichtelgebirge. Können es auch mal 110 bis 120 Kilometer pro Stunde werden. Also auch in Oberfranken wird es ziemlich stürmisch werden. Wann geht es in Schleswig-Holstein los? Fragt Tim Blay. Ich gehe mal davon aus, ja, so ab 22 bis 0 Uhr sollte der Wind auch dort langsam zunehmen. Kronach. Ja, das ist Oberfranken. Auch da wird es sehr stürmisch. Grüße aus Bad Kreuznach. M. Lukas J. Ja, viele Grüße zurück nach Bad Kreuznach. Wie gesagt, meine Geburtsstadt, so quasi meine Heimatregion. Wann gab es das letzte Mal so eine Westlage? Ja, das ist eine gute Frage. Chris B., kann ich mich auch nicht erinnern, dass es jetzt so viele Stürme am Stück gegeben hat, irgendwann mal. Ja, ich feiere euch. Bester Wetterkanal, schreibt Alexander. Vielen Dank für die Grüße. Niklas, Draxas, Max, du bist der Beste, mach weiter so. Und dass du uns auch die letzten Tage auf den Laufen hältst, finde ich gut. Mache ich doch gerne. Rödenthal, Oberfranken. Ja, Rödenthal kenne ich jetzt nicht. Oberfranken, ja, aber Rödenthal sagt mir jetzt nichts. Aber ja, auch da zum Teil 80, 90 in der Spitze auch mal 100 Kilometer pro Stunde. Der Westerwald, auch da 80 bis 90 in der Spitze 100, wenn das Ganze durchzieht mit Schauern, die Front durchgeht. Wie wird der Sturm in Rheinland-Pfalz? Ja, Rheinland-Pfalz momentan noch außen vor mit den Unwetterwarnungen. Ich glaube, eine Ausnahme ist in die höheren Lagen von Eifel, Hohenzrück, Westerwald. Ganz oben kann es auch mal orkanartige Böden geben, in den Gipfellagen, aber ansonsten doch eher ganz normaler Sturm in Teilen von Rheinland-Pfalz. So, ich muss mal was trinken. Jetzt habe ich mich da hingestellt. Das ist praktisch. Habe ich mal schön in der Küche stehen lassen. Mecklenburg, wie man es ausspricht, wird es arg treffen oder ich wohne im freistehenden Haus, ist arg windig und gefühlt sehr warm für Februar. Habe Angst um mein Auto. Join my escape. Gibt es keine Garage, wo man das Auto reinstellen kann oder irgendwie noch schützen kann? Sind irgendwie Bäume in der Nähe? Vielleicht ist das Auto irgendwie ein bisschen wegfahren, wo keine Bäume sind? Aber gut, man möchte das Auto auch nicht irgendwo stehen lassen, wo man es nicht mehr sieht. Auch nicht so gut. Ja, mit wie vielen Sturmfluten muss man in Hamburg rechnen? Ja, das ist eine gute Frage jetzt. Das habe ich mir leider jetzt nicht mehr so genau angeschaut, wie viele es jetzt sein könnten insgesamt. Aber es werden wahrscheinlich einige sein bis zum Montagmorgen, da immer wieder sehr starker Westwind, Nordwestwind weht und dann das Wasser eben in die Bucht reindrückt. Und deswegen wird es einige Hochwasser geben, die doch deutlich übernormal ausfallen werden. Wie wird es in Alzey heute Nacht? Hatte ich ja schon mal erwähnt, die beiden Autobahnbrücken bei Alzey. Alzey auch so 80, 90 Kilometer pro Stunde, das höchste der Gefühle. Damit sollte es sich noch leben lassen. Aber gerade auf den beiden Autobahnbrücken rund um Alzey könnte es gefährlich werden durch die starken Seitenwinde. Wird es im Raum Wiesbaden schlimm? Ich hoffe nicht, Annette Rapp. Da muss ich nachher noch zu arbeiten, also morgen früh und da möchte ich nichts Schlimmes erleben. Also auch in Wiesbaden maximal 70 bis 80 Kilometer pro Stunde. Wird Icon recht behalten oder die anderen Wettermodelle? Ja, wenn ich das wüsste, dann wäre ich wirklich super gut. Gut, momentan ist wirklich so alles gegen Icon gestellt. Mal gucken, ob da das Modell vom Deutschen Wetterdienst am Ende vielleicht doch noch der glückliche Sieger ist bei der Prognose. Wie wird der Sturm in Mittelhessen? Fragt Friedrich Erberg. Mittelhessen, da sind wir auch so im Bereich drin mit zum Teil schweren Sturmböden bis orkanartigen Böen. 100 bis 110 Kilometer pro Stunde. Ist also nicht wirklich ungefährlich. Sollte man nicht unbedingt draußen rumhampeln. In der kommenden Nacht und auch morgen früh auf dem Weg zur Arbeit vorsichtig sein. Vor allen Dingen auf kleineren Nebenstraßen durch Wälder. Da können Äste auf dem Boden liegen. Da kann auch plötzlich mal ein Baum vor allem liegen, der umgefallen ist, dass man nicht einfach so reinfährt. Dominik, was ist der Unterschied zwischen Orkanböen und orkanartigen Böen? Das ist einfach nur eine Definitionssache, liebe TV-Freaky-Lady. Windstärke 11 sind orkanartige Böen und Windstärke 12 sind dann richtige Orkanböen. Orkanartige Böen geht, glaube ich, ab 103, 104 Kilometer pro Stunde los bis 117. Ab 117 spricht man dann von Orkanböen. Da wird einfach nochmal eine Abstufung gemacht. Windstärke 11 sind orkanartige Böen. Ab Windstärke 12, ab 117 aufwärts, haben wir halt Orkanböen. Das ist einfach nur eine Unterscheidung in jeweils der Spitzengeschwindigkeit. Schwere Sturmböen ist dann so bis 103. Ich glaube, stürmischer Wind oder so ab 62. Ja, so ungefähr ist diese Skala. Die genauen Zahlen müsst ihr kurz in der Bälle schauen. Alles habe ich nicht im Kopf, auswendig gelernt. Viele Grüße aus Schweinfurt, schreibt Zanni. Viele Grüße zurück und danke für den schönen Regenbogen. Ich wünschte, du wärst mein Kumpel, fragt BT1999er. Was war am Lothar so einzigartig? Ja, Klaus Klein, das würde ich mir auch mal... Die Böen waren so einzigartig und das Überraschungspotenzial. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand im Vorfeld davor gewarnt hätte, dass so ein heftiges Orkan tief auf Deutschland zukommt. Es kam ziemlich überraschend. Der gesamte Bahnverkehr in Süddeutschland war lahmgelegt. Ich weiß es noch ganz gut. Ich bin an diesem Tag nämlich nachmittags von Mainz nach Frankfurt gefahren, am 2. Weihnachtsfeiertag 1999. Und mein ICE war der Einzige, der überhaupt noch gefahren ist. Alles andere war lahmgelegt, weil die Oberleitungen rund um Bayern, Baden-Württemberg total zerstört gewesen sind. Es waren wirklich einzigartige Böen, die da wirklich mitgekommen sind. Ich habe es ja eben vorgelesen. Ich glaube, über 270 Kilometer pro Stunde auf dem Wendelstein in Bayern. Das war wirklich richtig heftig. Der Hunsrück ist noch ruhig, schreibt Hunsrück Outdoor. Wird sich wahrscheinlich ändern in den frühen Morgenstunden zum Donnerstag. Moin, moin. Bei uns in Soltau geht es auch langsam los, schreibt Olli Spindler. Tja, dann mal die Ohren steif halten, dass da nichts passiert. Ich gucke mal ein schlaues Ding hier, ob es da noch was Neues gibt. Nein, da gibt es irgendwie nichts. Was schreibt mir da eine Kollegin? Der Wetterbericht von heute und von 1962 klingt nahezu wortgleich. In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar zieht ein schweres Sturmtief mit Orkanböen in Richtung deutsche Nordseeküste. Es droht eine schwere Sturmflut. Das war der Wetterbericht vom 16. auf den 17. Februar 1962. Hat mir gerade meine Kollegin geschickt. Ist fast tatsächlich der identische Text, der jetzt genau 60 Jahre her ist. Genau. In der Nacht von heute auf morgen gab es die schwere Sturmflut mit den vielen Toten. Über 350 hat jemand geschrieben. In Hamburg, in Norddeutschland. Ja, also quasi ein Sturm zum 60. Jahrestag. Manchmal könnte man meinen, das Wetter und Petrus hat sowas wie Humor. Oder auch nicht. Schwarzen Humor eher. Wirklich eine sehr interessante Info. Habe ich noch gar nicht so mitbekommen. Also ich wusste, es ist 60 Jahre her. Aber dass es auf den Tag 60 Jahre her ist, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Sehr interessant. Ja, auf Wiedersehen, schreibt einer. Will mich jemand loswerden? Ja, wir reden schon fast eine Stunde. Ich glaube, auch eine Stunde wollte ich eigentlich noch machen. David Mattes schreibt, sind Tornados möglich? Ja, wenn die Kaltfront durchgeht, gibt es zum Teil kräftige Gewitter. Da ist auch Potenzial mit dabei für die Bildung von Tornados. Da könnte schon was passieren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch eher gering. Aber eben nicht bei Null und nicht ausgeschlossen. Deswegen abwarten. Stefan Leibach, der Komet kommt. Kommt der Komet? Welche Komet kommt denn, um Gottes Willen? Der Vollmond soll die Sturmflut verstärken. Toni 1, 2, 3. Da könnte vielleicht irgendwas dran sein oder auch nicht. Wann erreicht die Kaltfront Nordrhein-Westfalen? Wahrscheinlich auch in den frühen Morgenstunden zwischen Mitternacht und 3, 4 Uhr morgens. Was war der Rekord an Kälte in Deutschland? Fragt Timo. Da gibt es ja verschiedene Messungen. Auch private Messungen. Die haben irgendwie mal an einem See im Berchtesgaden-Land, war es der Fundensee, minus 40 Grad gemessen oder unter minus 40 Grad. Aber das war jetzt keine Messung vom Deutschen Wetterdienst. Die streiten sich ja auch immer wieder gerne, wer jetzt welchen Rekord gemessen hat. Ich sage nur Lingen. Naja, die Lingenhitze wurde ja am Ende auch wieder aufgelöst. Dominik, super Wetterkanal, schreibt Hannes Goldgruber. Vielen Dank, Hannes. Schöne Grüße zurück. Dominik, wie wird das Wetter in Xanten, Nordrhein-Westfalen? Stromausfall, Sturm, können Bäume auf Stromleitung fallen? Benjamin Henkes. Das kann bei einem Sturm immer passieren, dass mal ein Baum ungünstig fällt und eine Stromleitung erwischt. Das kann man nicht ausschließen. Das kann auch passieren in der kommenden Nacht. Hoffentlich geht alles kaputt in dem kaputten Land, sagt Brick Wolf. Das habe ich jetzt irgendwie überhört. Also ich finde jetzt unser Land weder kaputt, noch sollte alles kaputt gehen. Und ich war auch öfters schon in anderen Ländern. Und ich muss immer wieder sagen, ich war wirklich froh, wenn ich wieder zu Hause war. Also so schlimm, finde ich, ist es bei uns in Deutschland überhaupt nicht, wie es auch manchmal gerne geredet wird. Man kann auch wirklich alles schlecht reden. Wie hieß das mal auch aus dem Ausland? Die Deutschen sind wirklich Weltmeister im Jammern und im Schlechtreden. Das Gefühl habe ich manchmal wirklich auch bei mir selbst. Ich jammer auch manchmal bei Dingen und denke mir danach, mein Gott, hast du Probleme? Wenn ich mir da die weltweiten Probleme von anderen Menschen anschaue, dann denke ich immer, mein Gott, sind das geringe Probleme gegen diese Probleme. Aber gut, wie gesagt, kaputt sehe ich dieses Land überhaupt nicht. Und ich hoffe auch nicht, dass es zu irgendwelchen größeren Schäden kommt in den nächsten zwei bis drei Tagen. Aber letztlich müssen wir das abwarten. Wie wird das Wetter in Ulm? Niklas Sturm Channel in Ulm eher Sturmmöhen möglich. Ja, 80, 90 Kilometer pro Stunde, alles im Rahmen, nichts Dramatisches. Klaus Klein fragt schon wieder, was war in Lothar so einzigartig? Ich habe es gerade eben gesagt, die heftige Windentwicklung war einzigartig. Und natürlich, es war auch ein bisschen was vom Überraschungsmoment. Keiner hat damit gerechnet. Das war dieser Schnellläufer. Der hat sich wirklich sehr spontan gebildet. Das war nicht wirklich absehbar. Ich glaube, es wurde erst knapp 24 Stunden vorher erkannt, dass da irgendwas im Busch ist. Und dann war es eigentlich fast schon zu spät. Und dann ist das Ding drüber gebrummt. Nahezu erst mal ohne Warnungen. Wie wird der Sturm in Bamberg? Oberfranken, David Mattes. Auch da zum Teil Sturmmöhen um die 80 bis 90. In den höheren Lagen rund um Bamberg. So ab 300, 400 Meter kann es auch schwere Sturmmöhen geben. Bis zu 100 Kilometer pro Stunde. Oder ähnliches auch in Bayreuth, liebe Mietzi, Katze. Unterrichtsausfall in ganz Nordbayern. Gerade bekannt gegeben worden. Was ist denn Nordbayern? Das ist ja auch wieder so eine Sache. Wer weiß jetzt, wo Nordbayern wohnt? Wo ist die Grenze zu Südbayern? Eieiei. Eieiei. Wenn du politisch redest, wirst du erst richtig interessant. Politisch? Ich habe doch überhaupt keine Politik gemacht. Ich werde eigentlich selten sehr politisch. Weil komischerweise die meisten meiner Freunde eine ganz andere politische Ausrichtung haben als ich. Da ist es immer ein bisschen kompliziert. Deswegen vermeide ich meist immer das Politikthema. Das gibt nur eine endlich lange Diskussion. Das ist im Grunde wie beim Wetter. Jeder hat seinen Lieblingswetterkanal, seinen Lieblingsmoderator. So hat auch fast jeder seine Lieblingspartei, seinen Lieblingspolitiker. Und wenn man einmal jemanden mag, dann mag man halt den und hasst den anderen. Warum auch immer. Ja, so ist das halt. Was kommt noch? Kein Winter mehr. Thomas Moser. Ja, könnte schon sein. Ich sehe da keinen Dauerfrost mehr und schneebedeckte Landschaften in diesem Winter. Es ist schon bitter. Da wurde mal wieder stellenweise ein richtig kalter Winter angekündigt. Polarwirbel. La Nina sollte uns Kälte bringen. Und dann ist das krasse Gegenteil eingetreten. Hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass der Winter so extrem warm ausfällt. Gebe ich ganz ehrlich zu. Dass es so eine Pleite wird, das ist wirklich schade. Ich hätte mir auch ein bisschen mehr gewünscht an Schnee. Aber was nicht ist, ist halt nicht. Du bist der beste Wettermoderator, Pyro-Ratte. Das ist ja fast schon ein bisschen schleimig, aber vielen Dank. Nordbayern endet bei Schwandorf. Ah ja, ist da der Grenzübergang zwischen Nord- und Südbayern. Ah, okay. Ich glaube, bei uns, wo ich herkomme, Bad Kreuzner, Bad Münster am Stein, da war doch auch mal. Bad Münster am Stein hatte, glaube ich, zwei Bahnhöfe. Einen bayerischen Bahnhof und einen preußischen Bahnhof. Da sieht man mal, wie weit Bayern mal gekommen ist. Bis zu uns hier rauf. Hat das was mit dem Klimawandel zu tun? Fragt Timo. Jetzt geht's los. Jetzt kommt das politische Großtreme. Klimawandel. Klimawandel. Jetzt müssen wir noch Greta Gabor zuschalten. Quatsch. Greta Thunberg. Nicht Greta Gabor. Die ist schon... Oh Gott. Ich glaube, es ist wirklich spät. Ja, also mit dem Klimawandel. Erstmal muss man sagen, das ist ein Sturmereignis. Einzelne Ereignisse sind Wetter. Das aktuell, was passiert, ist Wetter. Ich sag's immer wieder gerne. Und Wetter über einen langen Zeitraum beobachtet. Das erst ist Klima. Mindestens 30 Jahre beobachtet. Aber natürlich kann man schon feststellen, dass sich da irgendwas erwärmt hat. Es gibt eine globale Erwärmung zusammengesetzt aktuell. Natürliche Erwärmung und menschengemachte Erwärmung. Und viele Klimaexperten sagen ja auch, die Wetterextreme nehmen einfach zu im Rahmen dieser Veränderung des Klimas. Und das ist ja auch gut möglich. Und wir erleben ja auch ein starkes Hin und Her zwischen Trockenheit, dann wieder sinnvollartigen Regenfällen. Wir hatten einen sehr trockenen Sommer vor zwei, drei Jahren. Dann diese heftigen Niederschläge im vergangenen Sommer mit dieser Sintflut in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Ich persönlich kann es auch immer nur sehr schwer einschätzen, wohin da die Reise geht. Und man selbst weiß ja auch, wie schwierig es ist mit diesen Monatsprognosen. Und dann ist es natürlich noch schwieriger mit diesen Prognosen bis zum Jahr 2050, bis zum Jahr 2100. Da habe ich schon mal mit einem Klimaexperten aus Kiel diskutiert drüber. Der meinte zu mir damals vor zehn Jahren, ja, diese Monatsvorhersagen, die sind eigentlich nicht wirklich gut, die sollte man nicht sagen. Da habe ich ihn gefragt, naja, sagen Sie mal, Sie machen doch Prognosen bis zum Jahr 2050, 2100. Ja, Herr Jung, das sind Klimaprojektionen. Das ist keine Prognose. Das ist was anderes. Da habe ich mir auch gedacht, naja, vielen Dank für diese Aussage. Man kann es sich auch reden, wie man es gerne hätte. Es geht langsam los in Schwerin, Pyro-Ratte wieder. Na, dann mal schnell die Rollläden runterlassen. Gibt es einen Sommer wie 2003, fragt Mecke Richener. 2003, die Hitze, die extreme Hitze mit Hitzetoten, vor allem in Frankreich, auch in Deutschland. Ich möchte es nicht hoffen. Wissen tut das heute aber keiner, wie das genau wird in diesem Sommer. Und auch, ob es ein Unwettersommer wird, kann ich auch heute überhaupt nicht sagen. Wir haben ja gesehen, wie schwer dieses Unwetter im Ahrtal anfangs vorherzusagen war. Nach drei, vier Tagen vorher wusste man es ungefähr. Aber sechs, sieben Tage vorher ist es ja immer noch sehr stark hin und her gesprungen. Also da jetzt heute schon zu sagen, ob es einen Unwettersommer gibt, ist relativ unmöglich. Es ist unmöglich, nicht relativ. Meinung zu USA warnt vor Weltkrieg. Jetzt wird es wirklich politisch. Weltkrieg, ja, das ist wirklich ein ernstes Thema. Da brauche ich mir keine Sorgen mehr zu machen über irgendwelche Stürme. Wenn das passieren sollte, können wir das Thema Orkan auch ad acta leben, ad acta legen. Ja, ich hoffe nicht, dass da irgendwas eskaliert Richtung Osteuropa, Ukraine, Russland, Amerikaner, Deutsche, Europäer. Ich meine, es kann doch nicht so schwierig sein, einfach mal sich zu vertragen. Ich weiß auch gar nicht, um was es da überhaupt geht. So genau, wer hier irgendwie was haben will und warum er es haben will oder nicht haben will. Ich glaube, alle sollten doch die Bilder noch im Kopf haben. Auch die Jüngeren vielleicht aus dem Geschichtsunterricht, was da alles gewesen ist im Zweiten Weltkrieg. Ich habe die Geschichten noch live erzählt bekommen von meiner Urgroßoma. Wenn die über Krieg erzählt hat, hat die beide Weltkriege miterlebt. Ja, also sowas muss man auch nicht mehr haben, wobei heutige Weltkriege wahrscheinlich ziemlich schnell durchgemacht sind. Man drückt ein paar Knöpfchen und die Sache ist erledigt. Leider dann auch ziemlich drastisch erledigt. Geste auf Pumpenkeule. Ich bin früher mal ins Studio gegangen, aber jetzt in Corona-Zeiten hatte ich mir keinen Bock mehr, da hinzugehen. Das war mir alles ein bisschen zu spooky gewesen mit den Masken trainieren und irgendwie habe ich keine Luft bekommen so richtig, wenn man da auf diesem Hometrainer, Cross-Trainer rummacht und dann damit quasi der Maske rum trainieren muss. Man sieht ja auch, so große Muggis habe ich nicht. Dafür ist der Bauch ein bisschen gewachsen über Winter. Hat irgendwie letztens mal jemand bemerkt, fand ich sehr lustig im Video. Ich hätte mir Winterspeck angefuttert. Ja, kommt manchmal vor. Tatsächlich, ich muss wieder ein paar Kilo abnehmen. Aber sobald wieder schön warm ist und man joggen kann und die Sonne scheint, dann gehe ich mal wieder ein bisschen raus. Kannst du mal bitte dein Wetter zeigen, bitte? Oma Kai, welches Wetter soll ich denn zeigen? Es ist dunkel draußen. Ich habe hier nur einen dunklen Hof hinter mir. Man sieht nichts. Es ist nur dunkel. Und manchmal fliegen da Fledermäuse rum. Wie mild war der Winter in Abweichung zum Mittel? Bisher ist der Winter, glaube ich, 2,8 Grad zu warm im Vergleich zu 61 bis 90. Also in Lorach gibt es schon die ersten Schulwarnungen. Ja gut, Lorach ist ja da schon wieder am Fuße vom Schwarzwald. Da würde ich auch nicht so wirklich jetzt in die Schule fahren wollen. Ja, also ich glaube schon einer fragt, ob man heute Lothar besser vorher sagen könnte. Ich denke auch, Lothar war 1999. Wir müssen überlegen, das ist jetzt 23 Jahre her. Ich denke mal, heute ist die Technik viel weiter. Da könnte man auch Lothar viel besser erkennen im Vorfeld. Das war früher einfach noch nicht so gut. Und da war alles noch nicht so perfekt aufgestellt. Wie heftig wird es im Kreis Heilbronn? Fragt Birgit Wolenek. Also Heilbronn ist ja eher so Richtung Baden-Württemberg. Ich glaube, das ist ja nicht falsch. Das ist ja Baden-Württemberg. Also da sollte eigentlich nicht so wirklich viel passieren. Ich gehe mal aus von ein paar Sturmböen. 70, 80 Kilometer pro Stunde. Zumindest in der kommenden Nacht. Freitag, Samstag müssen wir nochmal abwarten, was da passiert. Auf jeden Fall nochmal zusammengefasst. Es geht sehr stürmisch weiter. Und das bis nächste Woche. Bis Montag, Dienstag müssen wir mit Sturmböen rechnen. Übrigens am Freitag teilweise Höchsttemperaturen im Südwesten bis zu 17 Grad. Und nächste Woche, Mittwoch, Donnerstag auch nochmal ähnlich hohe Werte. Also deutlich zu warm. Wie viele Kilometer pro Stunde werden in Viersen erwartet? Heute und morgen. Es ist schon sehr windig. Antworte, mein lieber Leon Welter. Ja, Viersen. Da können wir auch heute Nacht mit bis zu 100 Kilometer pro Stunde rechnen. In Böen auch bis 105 Kilometer pro Stunde. Also zum Teil schwere Sturmböen bis orkanartige Sturmböen. Es ist gerade keine einzige Gewitterzelle zu sehen bei LiveMap. Hat nicht gerade irgendjemand geschrieben, in Hamburg wären Gewitter? Vielleicht kann er sich nochmal melden. Irgendjemand schrieb gerade, in Hamburg wären Gewitter. Also ich kann es nicht so schnell nachvollziehen. Ich kann ja mal gucken, ist jetzt zumindest keine Blitze. Ja, wo war in Hamburg ein Gewitter angeblich? Hat irgendjemand gerade mal geschrieben? Ich gucke mir gerade mal die Wettermeldungen an für Hamburg. Da haben wir jetzt aktuell eigentlich nichts mit Gewitter. Was meldet der Flughafen? Regen, 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 Regen. Wind, 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 Wind. Gewitter hat er eigentlich nicht gemeldet. Was machen die Böen, die aktuellen? Ja, hat sich nicht viel getan bisher. Weiterhin der Brocken ganz vorne mit dabei, mit einer Böe um 20.10 Uhr, 134,3. Also 170, 180 und Brocken durchaus möglich in der kommenden Nacht. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich halte euch ja auf dem Laufenden. Das heißt, ich muss auch wieder früh aufstehen. Eigentlich lohnt sich das Bett gehen gar nicht mehr. Aber, ja, wir schauen uns einfach mal morgen früh dann die Böen an bis dahin, was gegeben hat. Und vielleicht schaffen wir ja nochmal einen Livestream am Wochenende, wobei ich das Wochenende eigentlich gar nicht da bin. Ich bin mal ein kleines Kurzwochenende unterwegs in Mannheim. Und, ja, mal schauen. Vielleicht kriegen wir irgendwas noch auf die Beine gestellt. Ansonsten gibt es halt weiterhin Videos, Kurzvideos. Und ich halte euch auch auf der Community bei wetter.net auf dem Laufenden. Muss ich Bleigewichte an den Rollstuhl hängen? Kulle Erbse in Spee, in Thüringen. Also ich hoffe, dass du nicht so leicht bist, dass der Rollstuhl bei einer Wind- oder Sturmbehe umfällt sofort. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Aber ich glaube, Bleigewichte brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Harz nur leichte Böden. Ja, momentan ist ja noch gar nichts da. Auch die Unwetterwarnungen gelten ab jetzt erst, ab 22 Uhr. Also keine Panik, in Anführungszeichen. Da kommt mit Sicherheit noch was in der kommenden Nacht. Jahrhundertsturm würde ich das nicht nennen. Wie fragt mich gerade jemand? Ich denke mal, es wird schon ein kräftiger Sturm werden. Aber es ist jetzt nichts wahrscheinlich, was es nicht schon gegeben hätte. Allerdings weiß man eben nie, wo diese Böden zuschlagen und wo sie gerade zuschlagen, welche schwere Schäden sie anrichten können. Wenn es die falsche Ecke trifft, kann es eben auch dramatische Folgen haben. Das weiß man eben nie. Zum Beispiel, ich sage nur mal Autobahnbrücke, da kommt ein Seitenwind. Da drückt ein Bus von der Autobahnbrücke runter und da sitzen 80, 70 Leute drin. Viele Verletzte und Tote könnte es da geben. Das wäre dann auch ein schlimmer Sturm gewesen quasi mit vielen Opfern. Also man weiß nicht genau, wo es die stärksten Böden gibt, in welchen Regionen, wer da genau getroffen werden wird, ob das Schäden bringt. Aber natürlich sind auch jetzt viele vorgewarnt und sind vorsichtiger. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von unseren Wettervideos auf Wetter.net, auf YouTube, unsere Webseite, Wetter.net, unsere App, Wetter.net, dass wir eben Vorwarnungen machen. Gut, manchmal sagen viele, wir würden Panik verbreiten, Panik, aber ich denke mal, keiner muss doch Panik weglaufen wegen Wetterprognosen, mal ganz im Ernst. Und ich kann es auch schon nicht mehr hören. Immer diese Panikvorwürfe hier, Panikvorwürfe da. Immer wird gleich die Panikkeule rausgeholt. Kann ich ja auch mal sagen. Klimawandelkeule, Panikkeule ist auch bei vielen irgendwie beliebt. Man sagt irgendwas und es wird direkt als Panik weggewischt quasi. Finde ich auch manchmal ein bisschen unhöflich. Ja, gab es schon Stürme mit 400 Kilometer pro Stunde? Ich glaube nicht bei uns in Deutschland. Ich weiß es jetzt nicht. Also es gab schon Tornados mit Geschwindigkeit von 400 bis 500 Kilometer pro Stunde. Das gab es ganz sicherlich. Und ich würde mal sagen, wir haben gleich Viertel nach zehn. Wir kommen langsam mal zum Ende. Ich habe auch gleich keine Stürme mehr, glaube ich. Und die wurde heute schon ganz schön gestriezt. Heute gab es viel zu tun beim Wetter. Und ich glaube, morgen übermorgen wird es nicht weniger werden. Und es wird ein ganz schön langes Wochenende werden. Und zumindest zwölf Stunden in diesem Wochenende bin ich mal kurz weg. Und kann vielleicht mal zwölf Stunden Luft holen. Oma Kai schreibt, hast du eine Frau? Nein, ich habe keine Frau. Ja, dann sage ich mal, gute Nacht. Schlaft gut, kommt gut durch die Nacht. Ich mag es immer so ein bisschen, das Fenster zurückzukippen. Ein bisschen zu hören, wenn draußen der Wind säuselt. Da lässt es sich immer ganz gut einschlafen. Allerdings ist es hier nicht so schön wie bei meinen Eltern. Da habe ich ein Zimmer. Da hört man oben direkt den Wald rauschen. Immer nachts so schön, wenn der Wind geht. Es war immer ein sehr schönes Gefühl. Und generell schlafe ich ohnehin viel besser ein, wenn man draußen irgendwelche Wettergeräusche hört. Windgeräusche, Regengeräusche. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich gehe mal was trinken und gehe dann in die Haier und wünsche euch eine gute Nacht. Und ich hoffe, ihr guckt alle morgen früh wieder fleißig unser Video auf dem Wetterkanal, Wetternet. Und ihr wisst ja, Daumen hoch und Abo dalassen und so weiter und so fort. Ganz wichtig, empfehlt uns weiter. Das würde uns freuen. Und in diesem Sinne, ja, noch einen schönen Abend. Und macht es gut. Kommt gut und sicher durch die Nacht. Bis bald. Tschüss.